Bitte warten Sie. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Ihr Anruf ist uns wichtig. Bitte haben Sie einen Augenblick geduldet. Hallo, komm doch rein, setz dich neben dir einen Keks. Du guckst so gestresst, alles gut, wie geht's? Verstehe, die Arbeit, die Beziehung, das Leben. Schon klar, es geht halt immer mal doch was daneben. Hey, hey, Kopf hoch, wir kriegen das schon hin. Was du brauchst, ist ne Auszeit, dann ist's halb so schlimm. Und genau dafür ist dieses Lied hier gemacht. Für den Text im Refrain wurde nämlich nicht gedacht. Merkst du es schon? Dein Kopf wird ganz leicht, wie wenn man Sarrazin liest. Okay, dober Vergleich, eher wie das Gefühl. Man guckt RTL 2 und liest die Kommentare auf. Spiegel online dabei. Hey, ist doch klar, jeder braucht mal ne Pause. Und wenn der Song hier läuft, ist dein Hirn nicht zu Hause. Es fliegt weg, ganz weit weg, wo niemand es sieht. Jetzt kommt der Refrain und es geschieht. Und wenn der Song hier läuft, ist dein Hirn nicht zu Hause. So, jetzt weißt du, wie es geht. Wenn dich mal wieder etwas nervt, dann denk einfach an diese kleine Melodie. Und alles wird ganz leicht. Komm, wir probieren es mal zusammen. Denk an Flughafen Berlin. Oder an die Zeugen Jehovas. An die Schrift. Comic Songs. Oder wie du in der Warteschleife beim Mobilfunkanbieter hängst. Ja. Genau das sind die Momente. Den Gedanken zu Puddingwerken. Alles scheißegal. Dafür hast du jetzt diese Melodie. Das sind die Momente. Das sind die Momente. Das haben die Momente. Das sind die Momente. Vielen Dank.